Hallo! Ich habe euch vor einigen Tagen dieses Foto von meinen Haaren bei Instagram gepostet und gefragt, ob ihr dazu ein Video sehen wollt. Und super, super viele wollten das unbedingt sehen und haben mich gefragt, welchen Lockenstab ich verwendet habe und wie ich das gemacht habe und welche Produkte ich verwendet habe. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute meine Haar- und Stylingroutine zu diesen Loose Curls und vor allem auch, wie ich es schaffe, dass die Locken ein bisschen länger halten. Denn das, was ihr heute seht, ist nämlich der zweite Tag und ich finde, es ist eigentlich immer noch ganz schön. Es hat ganz gut gehalten und vor allem, ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn es sich ein bisschen ausgehangen hat und vielleicht nicht mehr ganz so perfekt aussieht wie am ersten Tag. Und dieses Video ist eine Kooperation mit der lieben Nathalie Selin. Ihr Kanal heißt Beauty Profi und ist natürlich unten in der Infobox verlinkt, genauso wie ihr Video, denn sie zeigt euch ihre Haar- und Stylingroutine für glatte Haare. Und das Video findet ihr auch nochmal am Ende meines Videos verlinkt. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an und ich zeige euch, wie ich diesen Look beziehungsweise diese Locken oder was auch immer davon übrig ist, gemacht habe. Als erstes wasche ich mir die Haare und dazu benutze ich am liebsten so ein Anti-Fett-Shampoo. Damit meine Haare aber trotzdem gut genug gepflegt sind, benutze ich immer eine Spülung, die ich dann in meine Längen gebe, etwas einwirken lasse und dann mit kaltem Wasser ausspüle. Das kalte Wasser sorgt einfach dafür, dass sich eure Schuppenschicht schließt und dass eure Haare später mehr glänzen und hey, wer will keine glänzenden Haare? So, nachdem ich meine Haare für einige Minuten in meinem Handtuch antrocknen lassen habe, benutze ich meinen Tangle Teaser und damit ich später ein bisschen mehr Volumen in meinen Haaren habe und die Locken ein bisschen besser halten, benutze ich so einen Lockenschaumfestiger, den man übrigens immer gut schütteln muss und wie man sieht, macht das sehr, sehr viel Spaß. Und ja, den gebe ich einfach ein bisschen in meine Haare, massiere das Ganze so ein und dann fange ich auch schon an, meine Haare glatt zu füllen. Und dabei achte ich darauf, dass sie so glatt wie möglich werden, weil das einfach die beste Grundlage ist, mit der Locken zu machen und ja, ihr könnt natürlich eine Rundbürste nehmen oder so wie ich meinen Tangle Teaser. Da die Locken sowieso viel, viel besser halten, wenn die Haare nicht frisch gewaschen sind, wasche ich mir abends die Haare, schlafe dann einmal und tadaa, kann dann am nächsten Tag anfangen, mir Locken zu machen und dazu muss ich mir immer als erstes die Haare kämmen, weil, ja, die nachts einfach total zerzaucht sind. Und ganz wichtig ist es natürlich auch, immer ein Hitzeschutzspray zu verwenden, damit einfach die Haare ein bisschen geschützt sind. Das sollte man eigentlich auch vor dem Föhn machen, das habe ich leider vergessen. Aber ansonsten fange ich nämlich dann an, meine Haare abzuteilen in unterschiedliche Partien, einfach, damit es leichter ist, Locken zu machen, ich keine Haare vergesse und auch nichts irgendwie so im Weg ist und stört. Und dann fange ich auch schon mit der ersten Strähne an. Die wickele ich einfach so um meinen Lockenstab. Der ist jetzt hier von Schwarzkopf. Den kann ich eigentlich schon empfehlen, aber es gibt definitiv genauso gute für einen günstigeren Preis. Ich lasse den Lockenstab meistens so circa 30 Sekunden in meinen Haaren und dann solltet ihr die Locke auf keinen Fall anfassen, damit sie einfach auskühlt und ihr sie nicht gleich wieder zerstört. Und das mache ich einfach immer weiter so. Ich achte noch darauf, dass ich immer unterschiedlich dicke Strähnen nehme und dass ich den Lockenstab auch immer mal in unterschiedliche Richtungen halte. Ich finde, das ergibt einfach am Ende ein viel, viel schöneres Ergebnis. Wenn ihr dann alle Haare gelockt habt, dann solltet ihr sie trotzdem noch nicht anfassen, sondern weiter auskühlen lassen. Und in der Zeit mache ich dann meistens irgendwelche Snapchats, Instagram Fotos, bin auf WhatsApp oder auf Twitter oder so. Und dann fixiere ich meine Haare noch mit einem Haarspray, einfach damit die Locken ein bisschen länger halten. Und dann könnt ihr die Haare natürlich so lassen. Das wäre jetzt so der erste Look. Da sind die Locken noch relativ stark. Und das finde ich auch sehr schön. Aber das zweite, muss ich sagen, gefällt mir noch ein bisschen besser. Dazu gehe ich einfach mit meinen Fingern ein bisschen durch die Locken und lockere das Ganze so ein bisschen auf, wuschle so ein bisschen durch. Und dann sieht das Ganze so ein bisschen mehr messy aus. Aber trotzdem sind diese Locken da und hat ein bisschen mehr Volumen. Und ich finde das ein bisschen cooler. Und was ich dann noch gerne mache, ist ein Haaröl zu benutzen. Das könnt ihr natürlich auch vor dem Lockenmachen schon benutzen. Aber ich mache das gerne danach und versuche dabei natürlich die Locken nicht zu zerstören, sondern es einfach nur so in die Spitzen zu geben. Und et voilà, so sieht dann das Endergebnis aus. Und damit die Locken auch am zweiten Tag noch gut aussehen, kann ich euch empfehlen, mit so einem Dutz zu schlafen. Den mache ich natürlich besonders weit oben, damit er nachts nicht stört und benutze einen Zopfgummi ohne Metall, damit ich auch meine Haare nicht beschädige. Ja, das war jetzt meine Haar- und Styling-Routine für diesen Lockenlook. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass meine Tipps, die ich euch gegeben habe, hilfreich waren. Und ich habe schon mal ein Video zu meinen Haaren gemacht, wie ich sie so lang bekommen habe, was so meine tägliche Haarroutine ist, beziehungsweise ob ich meine Haare färbe und wie oft ich sie schon gefärbt habe. Und da seht ihr auch so meine Haargeschichte und Haarentwicklung mit ganz, ganz vielen Fotos, mit Vorher-Nachher-Bildern. Und da seht ihr, welche Produkte ich verwende und ich zeige euch auch meine Tipps für lange, gesunde, unglenzende Haare. Also, falls euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal unten in der Infobox vorbei, denn da verlinke ich das Video. Und mich würde jetzt total interessieren, was ihr eigentlich schöner findet, Locken oder glatte Haare. Und was ihr von Natur aus habt, weil man sagt ja ganz oft, dass man das haben möchte, was man eigentlich nicht hat. Und bei mir ist das eigentlich auch so ein bisschen so. Ich habe so frizzige, lockige Haare und hätte ganz oft am liebsten glatte oder halt richtige, lockige Haare. Aber so ein Zwischending ist irgendwie manchmal nervig. Und ja, mich würde interessieren, ob das auch bei euch so ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!